Ja, aber da ist dein Home. Also, hier sieht es jetzt irgendwie anders aus. Ja, die ist ja auch gut geschützt. Ja, die ist ja auch gut geschützt. Äh, wie wäre es mit deinem Haus? Doch, es gibt Warp-Schwein jetzt. Es gibt ein Warp-Schwein jetzt. Es ist Dorf. Es gibt ein Warp-Schwein. Es gibt ein Warp-Schwein. Es gibt ein Warp-Schwein. Sieht ganz nett aus jetzt. Perfekt für mein Set. Ich gehe mal zu meinem Haus. Oh, das ist ja schon kaputt. Weil das direkt... Ne, mein Haus sieht fast so aus, wie vorher. Also, in meinem Haus fehlt zwar die linke Wand, aber mir nicht. Ja, und die Kommandozentrale in meinem Haus ist getroffen. Und das erste Geschoss, aber da ist nix. Was? Oh. Pyramiden. Ich mache mal... Ja, in meinem Haus. Das ist eine gute Dekoration. Wie viele Blöcke waren das? Ah, das ist viel zu viele. Nicht so viele. 10.000 sollte das Limit sein. Ach, du lädst die Welt gerade hoch. Ja, ich dachte, du hättest das schon. Die Wachtür mit dem Schweinitz kann man bestimmt auch super in die Luft sprengen. Ah, hier ist ein Eingang zu irgendwas. Eine Treppe. Eine dunkle Treppe. Aber die führt nirgendwo auch hier hin. Und da, nicht so viel zu threw. Willi, wie man das spätr bekommt. Dieltere Kälke. Ansonsten. Ich hab drei, als ich zu. Die ganze Opaar, wie ich sie dir k racialisch haben. Die Kälke. Und da, ich darf die Kälke. Ich hab eine Wachtür. Ich hab eine Wachtür. Wenn es im Schwert. Vielen Dank. Klapptschulden Oh fuck Kaputt gemacht TNT ist doch wo drauf Appretate heute plus TNT Klapptschulden Ich könnte hätten Ne auch nicht Ich sehe Ich Ui 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 Die Katedrales weg Ui Ui Mir ist noch da Schlechte Es ist zu Ende Bei mir ist da keine Katastrale mehr Ne Das ähm Kann man so sagen Das ist eigentlich Das ist eigentlich dann mal ein Spawner Das wird dann der selber Gebraucht wird Um zu faulen neuen Spawn zu machen Du willst mir ja nicht einem mithelfen Ja Es ist schon lieber den großen Ja Es ist schon lieber den großen Ja Siehst du das auch gerade? Ja Ey hier ist noch ein Grund übrig Jetzt nimmt es aber ziemlich viel zu Mit der Drei 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 Untertitelung des ZDF, 2020